Hallo liebe Leute, willkommen zu Pokémon Palate in Randomizer in Nuzlocke. Ich habe seit dem letzten Mal ein bisschen trainiert. Hallo auf Level 7, Sushi hat jetzt nichts Neues dazu gelernt. Level 17, Verteilung 16, Spezialgast 17, Spezialverteilung 13, Initiative 13. MediShark hat ordentlich dazu, hat auch Level 7 erreicht. Genauso wie Sanderweißen Level 7 und MediShark hat Drachen mit gelernt. Jo, ich muss sagen wir gehen dann mal weiter auf die nächste Route Richtung Jubelstadt. Dann wird wohl wieder so 25 Minuten textbar. Und die 25 Minuten werde ich schon machen. Nun tschüss, das wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, aber ich bin hier komplett stark zufrieden. So, der erste Trainerkampf. Ich bin jetzt auch gespannt. Du bist ein Pokémon Trainer. Und ich, und das heißt, Lass uns kämpfen. Nein. Nimm mal einen Glayshark sind wir gut ausgerüstet. Nein, zwar in Wegen Knospiel. Zwar in Wegen Knospiel. Und weil wir lange brachen, wo war's hier. Nein, wir sind dran, schon ziemlich ok. Einfach zu stark. So, wenn wir noch ein paar neuen Karten kriegen, ich glaube 2, 3 sogar, einen Kampf bitte. 4 sogar, wenn wir gut durchkommen. Korinavinen mit einem Totalk weg mich auch noch nicht. Das wäre jetzt auch kein Richtigwoll für CKP. Oh, aber es gibt eine Masse der Farbe. Ich glaube, ich habe noch einen. Da haben wir einen Spiken mit dem Maus. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 was Wir haben gerade wegen der Elegates schlechter Verteilung ein bisschen Sorgen gemacht. Steintafel, okay. Ich kann aber im Moment auch nix aufmachen. Auf der Haltende Tafel ist ein Stück eingraviert. Der ist am entstand. Dieses Tafel ist am Splitter. Naja, interessant. Jetzt kommen die Leute... Oh, ich glaube, das ist die Rollerfilm. Du wirst sie bestimmt sicherer fühlen, wenn du noch einfach pickst. So. Bevor wir aber gleich die Karte übergeben, werden wir noch ein, zwei Pokémon fangen gehen. Drei... Weiß ich nicht. Aber was wäre eine gute Szene, wenn wir oft über die Route gehen würden? Gute mal, die sind gut. Das sind die Dämpfels. Äh, hast, exakt, wie konntet ihr mein Kass wissen? Ich bin der Insignalpolizei da oft. Äh, wie bitte? Was haben sie gesagt? Ich wollte doch nur etwas plaudern. Äh, ein normaler... eine normale Plauder hat was also drin. Sollt keine Sekunde. Mich fühlt ihr aber nicht zu leicht in das Licht. Ihr hattet sofort an, dass sie meine Person von der Masse erlebt. Spät. Guter Kraft. Ausredenend unnötig. Den vorher ich nicht länger geheim halten kann, sollte ich nicht vorstellen. Ich höre zur Intelli-Felderbriefen und Sniper-Briefs an. Weißen die ganze Welt, um die unglöses wahrsten Zeit aufzukommen. Mein Name, es tut nichts zur Sache. Vergesst... gleich, einfach wieder. Wie ich hatte ja nicht gedacht, ist ja auch egal. Nenn mich Lebe. Oh gut, das ist um rechtes Eintrung an sich zu nehmen. Komm, komm, gerade halten mir ja gut. Komm, komm, gerade halten mir ja gut. Komm, gerade halten mir ja gut. Wijungen werden sie bloß mit einem einen Schaden weil sie dabei custen. Schmidt sovielfalt. Oh ja, der 2 ist falsch. So, wir haben auch noch eine Wahnkampf für uns. So, wir haben auch noch eine Wahnkampf für uns. So, wir haben auch noch eine Wahnkampf für uns. So, wir haben auch noch eine Wahnkampf für uns. So, wir haben auch noch eine Wahnkampf für uns. So, wir haben auch eine Wahnkampf. So, wir haben auch noch eine Wahnkampf. So, wir haben auch noch eine Wahnkampf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.